Was ist das Daniel? Das ist eine riesige Fernbedienung. Was bedient man denn mit den Autos? Die ganze Kiste für einen Euro? Renata, die ganze Kiste für einen Euro. Steht ja drauf. Wenn ich klettern, sag was du zahlst und sie sagen, dass du es kriegst. Nein, ich muss schauen, was ich lerne. Schauen Sie ruhig durch. Haben Sie die selber gestickte Bilder? Nein. Ein Motorrad gibt es da. Super. Was kostet das Motorrad? 900 Euro. Es ist schwer zu fahren. Ui, aufmachen nicht, habe ich gesagt. Mach es wieder zu. Ganz schön ist dann fertig, oder du? Naja, ich will nicht alles kaufen. Wir haben ja nicht so viel Platz, dass wir alles sehen können. Was kostet denn die ganze Kiste? Bei meiner Frau bleibt ja sonst ewig da stehen. Das ist ja eine Katastrophe. Krass. Das ist ein Wunscher, Mama. Machen wir 6 Euro. Für die Kiste? Agnes, gib 6 Euro, her, geh mal. Moment, Moment, Moment. Wir können gar nicht diskutieren. Das war in der Kiste drinnen. So. Komm, gib mir noch 8 Euro oder 9 Euro und geh mal. Ja, dann tausche ich aber was aus. Moment. Nein, das tun wir nicht tauschen. Sicher? Dann kommt ja erst wieder nicht weiter. Ich wollte ja ursprünglich das Buch haben. Und das ist es mir gefallen. Das kriegst du eh drauf. Sind wir ja hübsch? Ja. Da gibt es immer wieder so ein paar nette Sachen, die man unbedingt filmen muss. Darf ich den Pulfetti filmen? Filmen wir ja sicher. Das ist nett, danke. Und sag Kopf über, das ist irgendwie so schön. Ich bin von ORF getötet worden. Vorsicht, Schleppleider. Das ist immer leer. Das Problem mit dem Anfang... Das hab ich da auch gesehen, das Tag noch dabei. Das ist ein Stracksau. Ja. Da stellen Sie sich sicher mehr vor, als ich will. Na, sagen Sie. Der Flömer hat das Wein. Nein. Na, da packen Sie da rein. Na, sagen Sie kurz. Der Zehner. Der macht ja. Okay. Jetzt sind ja gar mehr Autos dabei. Das ist jetzt meins. Ich hab's gekauft. Du hast es mir gekauft. Nein. Ja. Nein. Ja. Nein. Ja. 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 Ja.